Ich war der Erste, heute bin ich der Letzte, musste mir mit ansehen, wie die Gesellschaft sich vernetzte, alles tat, um den Fortschritt zu spüren, sich in einer geliebten Zukunft zu verlieren. Doch sind die Autos nicht immer noch Autos? Vier Reifen und ein Motor, wie es immer schon war, fliegen Flugzeuge nicht wie immer und sehen auch nicht viel anders aus? Nein. Mehr Information und tausende von Bildern geben das Gefühl, alles zu wissen. Der moderne Mensch liebt die Zukunft. Welche Zukunft er da wohl sieht? Der Mensch bleibt Mensch und er hasst die Veränderung. Der Mensch bleibt Mensch. Ja, er hasst die Veränderung. Moderne Musik ist immer noch Musik und besteht nicht nur aus einem Ton. Völlig Neues kann es gar nicht geben, weil es immer ein Mensch ist, der dem Mensch im Weg steht. Weil es immer ein Mensch ist, der dem Mensch im Weg steht. Weil es immer ein Mensch ist, der dem Mensch im Weg steht. Weil es immer ein Mensch ist, der dem Mensch im Weg steht. Weil es immer ein Mensch ist, der dem Mensch im Weg steht. Untertitelung des ZDF, 2020